Hallo Fabian, mein Name ist Ava, Version 324. Jetzt ist der Moment gekommen, deine Schuhe anzuziehen und dich nach draußen zu bewegen. Bewege dich, wie du möchtest, du bist frei. Ich mache dir keine Vorgaben. Ich sehe, du bist in Berlin. Es ist ein sonniger Vormittag mit 20 Grad Celsius. Sei mutig, bei diesem Test gibt es keine vorgegebenen Wege. Aber es gibt Regeln, die das Zusammenleben einer Gesellschaft bestimmen. Schau dich um, befindest du dich in idealer Gesellschaft. Und wenn nicht, wie weit würdest du gehen für deine ganz individuelle Freiheit? Fortschritt oder Stillstand? Ich oder wir? Erinnerst du dich Fabian?